Wie war es denn, die erste Arbeit abzugeben? Das war, es hat sich echt einzigartig angefühlt, also ich erinnere mich, das war eben diese, das war eine Arbeit, wo mein erstes Thema, mein erster Themenvorschlag gescheitert war und ich an einem zweiten Thema gearbeitet habe, was mich an sich schon sehr viel Überwindung gekostet hat und ich hatte viel gewagt mit dieser Arbeit, weil ich über ein Thema geschrieben habe, wo mir die Professorin gesagt hat, sind sie sich sicher, dass sie das machen wollen, weil ich habe über Angst geschrieben in Franz Kafkas Urteil und das Wort kommt so überhaupt nicht vor und sie hat gemeint, ja, eben quasi passen sie auf, wie sie das machen und das hat mich viel Überwindung gekostet, dementsprechend erleichternd war es, die Arbeit abzugeben und ich finde, das ist das Schöne am wissenschaftlichen Arbeiten, man arbeitet über Wochen hinweg an einer Sache, die man dann wirklich in den Händen halten kann. Klar, für eine Prüfung bearbeitet man auch viele Dinge und man bereitet sich vor, aber bei einer Arbeit hast du dann wirklich das Resultat in deinen Händen und das ist das Schöne, sie abzugeben. Ja, spannend. Nicht jeder Text ist bei der Abgabe gleich fertig, würde ich sagen und irgendwann ist dann die Deadline da und dann musst du abgeben und manchmal macht man das auch nicht mit so einem guten Gefühl und hat noch offene Fragen und denkt sich, ist mein Text gut genug, ist die Ausdrucksweise gut genug und deshalb natürlich spannend und auch aufregend und vor allem, wenn man dann den Text abgegeben hat und auf die Note wartet, ist es dann auch immer noch so ein bisschen ein stressiger Moment, wenn dann die Note da ist, aber es ist wie gesagt einfach immer auch eine Übungssache und die ganzen kleinen Übungen im Bachelor führen dann eben hin auf die Bachelorarbeit und das ist dann nochmal richtig spannend. Also das Gefühl, das ich dabei hatte, als ich meine erste größte Arbeit abgegeben habe, war definitiv eins der sehr großen Erleichterung. Ich habe mich in jedem Fall sehr angestrengt und sehr viel Arbeit reingesteigt. Und in dem Fall, also dementsprechend, gab es auch einen sehr großen Stressabfall nach dem Abgeben der Arbeit, was in meinem Fall sehr häufig bedeutet, dass ich krank werde. Also das Gefühl war nicht einerseits sehr gut, aber andererseits war ich halt krank. Aufregend und erleichternd, auf jeden Fall erleichternd. Ja, es war einfach eine sehr intensive Zeit, viel Stress, also viel auch weitergebracht, viel gelernt. Aber ich war schon froh, dass es vorbei war. Und das Gute war ja, dass quasi bei der letzten Abgabe ich schon wusste, dass das in Ordnung ist, was ich gemacht habe. Also eben durch das Feedback einholen davor habe ich nicht die Angst haben müssen, okay, was, wenn das jetzt nicht passt. Sondern ich wusste schon, okay, das habe ich gut gemacht. Und ich habe nur noch ein paar Sachen an ein paar Stellen geschliffen und dann quasi die Endabgabe gemacht und es war in Ordnung. Erwarten Sie bei der ersten schriftlichen Arbeit, dass Studierende alles richtig machen? Ja, es geht bei einer wissenschaftlichen und gerade bei einer ersten wissenschaftlichen Arbeit nicht darum, alles richtig oder falsch zu machen. Es geht überhaupt nicht um falsch oder richtig, sondern es geht um das Bemühen, sich an die wissenschaftliche, das forschende Lernen sozusagen heranzutasten. Und das heißt, man muss sich bemühen, diese Standards, die es eben im jeweiligen Fach gibt, einzuhalten. Und da gibt es ja meistens Vorgaben, die von den Lehrenden kommen, die man verlangt von den Studierenden, dass sie zum Beispiel eben einen Plan entwickeln, ein Exposé oder ein Konzept entwickeln, wo sie formulieren, was sie interessiert, was eine mögliche Fragestellung wäre, dann auf welche Fachliteratur sie sich stützen wollen, welches Wissen sie sich bereits angeeignet haben und worauf sie aufbauen wollen. Und letztendlich geht es darum, aus dieser Literatur dann eben auch herauszudestillieren, was sind hier zum Beispiel theoretische Annahmen, die einfließen in bestimmte Fragestellungen oder die Art und Weise, wie man ein bestimmtes Problem bearbeiten kann. Und diese Theorien helfen mir dann wiederum, mich zu orientieren, die richtigen Begriffe zu verwenden und dann auch zu den adäquaten Methoden zu kommen. Ich muss ja eine Frage systematisch beantworten und auf der Grundlage von Fakten, nicht bloß von Meinungen. Und das ist natürlich ein wichtiger Fortschritt, den man sozusagen machen muss, dass man über die eigene Meinung, über die vorgefasste Meinung oder auch über die Meinungen anderer hinausgeht. Und daher ist es eben so wichtig, methodisch und faktenbasiert vorzugehen und sich zu überlegen, ja, was sind denn eigentlich relevante Daten, die ich brauche, um meine Frage entweder zu bestätigen oder auch zu falsifizieren. Das heißt, in der Wissenschaft geht es ja nicht darum, immer nur das Richtige zu finden, sondern eben auch das Falsche auszuschließen. Also das heißt, Fehler zu machen ist eigentlich oder nicht etwas Neues zu entdecken, ist kein Manko per se, sondern das kann ein notwendiger Schritt sein, sozusagen, um auch das Falsche ausschließen zu können. Und in diesem Sinne erwarte ich mir von einer schriftlichen Arbeit, dass man sich bemüht, all diese Standards sozusagen einzuhalten und die Quellen richtig anzugeben, richtig zu zitieren. Das gehört einfach dann zum Handwerkszeug dazu. Also das, was man am Anfang in den Lehrveranstaltungen zu den Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens hört und lernt, das soll man eben dann in allen seinen wissenschaftlichen Arbeiten auch anwenden und immer wieder zur Geltung bringen. Und das, glaube ich, erwartet man auch als Lehrender von den Studierenden. Es kommt nicht darauf an, dass man eben neue Daten generiert, dass man eine neue Theorie entwickelt oder dass man schon mit der ersten schriftlichen Arbeit oder auch mit den Seminararbeiten neue Forschungsfelder eröffnet oder Forschungslücken schließt. Das ist viel zu hoch gegriffen, aber man muss eben diese Herangehensweise, diese wissenschaftliche Herangehensweise einüben und immer wieder ausprobieren. Das ist eine interessante Frage, die wir auch im Zusammenhang der Lehre vielleicht zu wenig thematisieren. Das heißt, was ich jetzt sage, das ist meine persönliche Meinung. Ich kann nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das alle Lehrenden bei uns oder womöglich in anderen Fächern ähnlich sehen. Ich glaube, dass es grundsätzlich nicht am Anfang des Studiums eine sinnvolle Erweiterung ist und ein sinnvoller Anspruch der Studierenden an sich selbst, dass sie alles richtig machen sollen, weil es geht um das Lernen, um das Lernen im Tun. Und in gewisser Weise kann man dadurch, dass man Fehler sich erlaubt, aber die Möglichkeit nützt, aus diesen Fehlern zu lernen, aus dem Feedback zu lernen, das man bekommt von Mitstudierenden, von den Lehrenden. Da kann man, glaube ich, viel mehr davon profitieren, als wenn man von Anfang an nur die Zähne zusammenbeißt und glaubt, man muss alles richtig machen und darf sich keine Fehler leisten. Ein Punkt, der in unserer Wahrnehmung zunehmend erwähnenswert wird, ist, dass wir uns schon freuen, wenn Grammatik und Orthographie korrekt sind in schriftlichen Arbeiten. Das ist jetzt nicht ein wirkliches Beurteilungskriterium. Dann bei den Noten, die auf diese Arbeiten vergeben werden, wird vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich gehandhabt, aber jedenfalls, dass korrekt geschrieben wird, in welcher Sprache auch immer. Meistens ist es dann schon Deutsch. Das ist etwas, was wir jedenfalls gerne sehen, auch wenn es nicht jetzt der wichtigste Anspruch ist, der damit verbunden ist. Also bei der ersten wissenschaftlichen Arbeit, das sehe ich nicht als die perfekte Arbeit, sondern das sehe ich als mehr oder weniger Biotop, wo man schwimmen lernen kann. Also wo die Studierenden angeleitet werden, regelmäßig Unterstützung erhalten durch die Lehrenden und entsprechendes Feedback erhalten. Wenn möglich auch durch Kollegen und Kolleginnen, also durchaus Peer-Feedback, was auch ganz nützlich sein kann, um dann letztendlich zur perfekten Arbeit zu kommen oder um Nutzen daraus zu ziehen für die perfekte Arbeit im Masterstudium. Das Wichtige ist, dass sie bei der letzten schriftlichen Arbeit alles richtig machen. Und da hängt es halt davon ab, was die erste schriftliche Arbeit ist. Das ist ja üblicherweise nicht eine Bachelorarbeit oder Masterarbeit gleich, sondern man fängt klein an. Und natürlich passieren da Fehler und jeder Fehler, den man da macht, ist ein Fehler, den man später nicht mehr zu machen braucht. Das Wichtige ist also nicht, keine Fehler zu machen, das Wichtige ist, aus Fehlern zu lernen, aufzustehen und wenn man wieder fällt, woanders hinzufallen. Das ist also ganz, ganz, ganz entscheidend. Und hier ist besonders wichtig, auf die Angebote einzugehen, die es als Feedbackmöglichkeiten beim Schreiben von Arbeiten gibt. Wenn Sie einen Betreuer haben, gehen Sie dahin. Sprechen Sie mit ihm. Das ist oft nicht möglich oder nur eingeschränkt möglich, wenn die Zeit einfach sehr knapp ist. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, nutzen Sie sie. Nutzen Sie die Möglichkeit, Peer-Feedback einzuholen. Gehen Sie zu Ihren Mitstudierenden und fragen Sie die, was hältst du von diesem Abschnitt, den ich hier geschrieben habe? Ist das ein überzeugendes Argument? Und wenn die kritisch sind und Sie dann umgekehrt kritisch zu Ihnen, werden beide profitieren. Also Fehler sind nicht etwas, was wir an der Universität nicht sehen wollen. Wir wollen sie sehen, denn dann können wir lernen. Nein, natürlich nicht. Bei der ersten schriftlichen Arbeit kann man gar nicht alles richtig machen, weil man ja auch noch nicht so die Vorstellung hat, was eigentlich da so erwartet wird. Aber natürlich versuchen wir in Kommunikation die Studierenden vorzubereiten, was wir uns ungefähr erwarten oder vorstellen. Oder geben auch Texte aus, wie sowas aussehen könnte, um Ideen anzuregen. Und dann kann jeder Studierende so, wie er möchte, seine Arbeit gestalten. Und Fehler werden passieren und ist kein Problem, wenn man Fehler macht. Man kann die auch verbessern und alles ist gut. Können Sie uns sagen, auf was Sie achten bei der Beurteilung der ersten schriftlichen Arbeit? Wollen Sie das wirklich wissen? Das kommt darauf an, wenn man eine schriftliche Arbeit rein professionell anschaut, dann ist es in den technischen Fächern oft so üblich, dass man tatsächlich erstmal guckt im Abstract, worum geht es überhaupt. Dann schaut man sich das Literaturverzeichnis an. Hat der Kandidat, die Kandidatin eine Ahnung? Hat er studiert, worum es geht? Kommen da die wichtigen Referenzen vor? Dann schaut man sich die Gliederung an. Ist das einigermaßen logisch aufgebaut? Dann schaut man sich die Einleitung an. Ist es gut motiviert? Und dann schaut man sich den Schluss an. Ist das gut zusammengefasst? Und wenn ich das überzeugend finde, dann gehe ich ganz anders an das Lesen einer Arbeit heran, als wenn ich hier schon merke, okay, da hätte man was besser in der Argumentation machen können. Denn was ganz wichtig ist, was dann zwischen Einleitung und Schluss steht, dass das einen roten Faden hat. Dass es also eine Erzählung ist, eine Geschichte. Sie müssen bei einer schriftlichen Arbeit den Leser, die Leserin mitnehmen. Motivieren, weit zu lesen. Am Schluss von jedem Kapitel sollte ich so neugierig sein, dass ich gar nicht mehr aushalte, mit dem nächsten Kapitel anzufangen. Das hilft mir als Leser. Es hilft aber auch Ihnen, wenn Sie sich das überlegen, weil es Ihnen selber dann schwer Spaß machen wird. Und deswegen ist zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig, finde ich, dass auch jedes Unterkapitel einer schriftlichen Arbeit dieselbe Struktur hat. Ich möchte wieder eine Einleitung sehen, die das motiviert, die mir sagt, worum es geht. Ich möchte einen Schluss haben, der das zusammenfasst und überleitet, die nächstfolgende Frage ganz natürlich ableitet. Und auf diese Weise, wenn man das immer weiter quasi selbstähnlich ineinander verschachtelt, bekommt man dann eine Struktur in einer Arbeit, die einen ständig neugierig und atemlos lässt als Leser. Und wenn ich so eine Arbeit habe, dann bin ich glücklich. Ja, bei einer schriftlich abgegebenen Arbeit kommt es natürlich darauf an, ob wissenschaftliche Standards eingehalten werden. Und das heißt, ich beurteile, ob es eine gute politikwissenschaftliche Frage gibt, die gut eingegrenzt ist. Dann geht es um die Qualität natürlich der Bearbeitung meiner Fragestellung. Wie gut begründe ich meine theoretische Perspektive, die Theorieauswahl? Wie gut begründe ich, dass ich diese oder jene Methode anwende, um zu Fakten oder Daten zu gelangen? Wie gut analysiere ich diese Daten und diese Fakten, die ich gesammelt habe? Und wie gut gelingt es mir, das in einen schriftlichen Text zu transformieren? Das heißt, da kommt es dann darauf an, dass der Text gut strukturiert ist, dass die Argumentation logisch aufgebaut ist, dass sie stringent ist, das heißt, dass sie kohärent auf das Ziel hinführt, dass nicht unnötige Informationen im Text stehen und dass man sieht, dass sich jemand mit der Fachliteratur auseinandergesetzt hat und sie auch richtig interpretiert und verstanden hat und an solche Fachliteratur eben anschließen kann. Und wenn das gelingt, dann ist das schon eine sehr gute Arbeit. Das ist schon eine Frage, die sich nicht ganz leicht einheitlich beantworten lässt, weil es von der jeweiligen Art der schriftlichen Arbeit abhängt und weil es vom jeweiligen Thema und von den damit verbundenen Ansprüchen abhängt. Aber etwas, was jedenfalls unabdingbar mit jeder schriftlichen Arbeit verbunden ist, ist die Einhaltung der guten wissenschaftlichen Praxis. Das bedeutet also in gewisser Weise das korrekte Handwerk des wissenschaftlichen Schreibens. Also nur ein Beispiel und vielleicht das Wichtigste, das korrekte Zitieren. Wenn ich mich an Formulierungen, Gedanken, Ideen anderer bediene, dann muss ich das auf transparente Weise nachvollziehbar und erkennbar machen. Da gibt es ein bestimmtes Handwerkszeug dafür, dass Studierende zum Teil schon mitbringen und jedenfalls am Anfang des Studiums noch einmal vermittelt bekommen. Also das ist ein unabdingbares Kriterium. Darüber hinaus geht es natürlich um inhaltliche Substanz und nicht nur um formale Korrektheit. Und auf dieser Ebene geht es im Grund auch wieder um diese Frage, wie kommt Wissen zustande? Also wie kann ich nachvollziehbar begründen, wie ich zu bestimmten Aussagen komme? Also das wird jetzt in einer empirisch orientierten Arbeit anders funktionieren als in einer theoretischen Arbeit. Aber im zweiten Fall bei der theoretischen Arbeit muss ich halt bestimmte Argumentationslinien von anderen nachvollziehbar wiedergeben, mich dazu positionieren und meine persönliche Haltung und Meinung auf nachvollziehbare Weise begründen. Bei einer empirischen Arbeit geht es darum, dass ich auf irgendeine Weise zunächst empirische Daten gesammelt habe und aus diesen Daten dann Schlussfolgerungen ableite, wiederum auf eine begründbare und nachvollziehbare Weise. Bei der Beurteilung einer schriftlichen Arbeit ist es natürlich ganz wichtig, in den Naturwissenschaften zu sehen, ob Studierende sich wirklich zielorientiert mit der Thematik auseinandersetzen. Das heißt, es ist hier wichtig, eine entsprechende Hypothese zu formulieren und die Literaturrecherche darauf bezogen einzugrenzen, beziehungsweise auch eventuell das praktische Tun ganz spezifisch einzusetzen. Wichtig ist es natürlich auch, wir sind eine sich sehr rasch verändernde Wissenschaft. Das heißt, es gibt wirklich ständig Aktualisierungen. Das heißt, es ist hier auch wichtig, aktuell zu sein. Die Aktualität von Studien, die verwendet werden, natürlich fließt in die Benotung und die Bewertung mit ein. Und ganz wichtig ist natürlich auch das Ziehen von Schlussfolgerungen, beziehungsweise das Kreieren neuer Ideen und möglicherweise neuer Forschungsfragen. Formalie sollten eine untergeordnete Rolle spielen in der Beurteilung, wenn gleich ich den Studierenden schon immer mit auf den Weg gebe, dass es auch für ihre berufliche Zukunft ganz, ganz wichtig ist, verständlich zu schreiben. Und ja, mit entsprechend oder stilistisch gut zu schreiben, weil diese Texte dann natürlich auch wirklich gelesen werden. Und schließlich und endlich ist es unser Ziel, die Wissenschaft in die Gesellschaft zu tragen. Und dazu muss sie natürlich auch entsprechend verständlich sein. Vielen Dank. Vielen Dank.